Ich darf gleich beginnen, eine sehr mutige, durchsetzungskräftige Frau anzukündigen. Sie ist Psychologin, sie ist aus Wien, ihre Kinder tragen in der Schule keine Maske. Bitte einen herzlichen Applaus für die Lisa Meyerweg. Ja hallo, schön, dass alle da sind, trotz des Wetters. Das ist ja noch ein zusätzliches Statement. Ist ja auch verdammt wichtig, der Regierung jetzt einmal Einhalt zu gebieten mit ihren schwindlichen Regeln. Normalerweise sollte ja bei jedem schon die Bummerin im Schädel läuten, wenn sich unser Kanzler hinstellt und das war schon im März und spricht von einer neuen Normalität, weil das braucht man halt so gegen Infektionskrankheiten, eine neue Normalität, was auch immer das ist. Ja, tut es aber bei vielen Menschen noch immer nicht. Auch wenn sich der Innenminister hinstellt und sagt, die Polizei wird mit der Flex daherkommen und sie haben null Toleranz mit uns. Vielleicht haben wir irgendwann mal null Toleranz mit euch. Genau. Es wundert ja auch niemanden, dass im Pandemiejahr Betten abgebaut werden, Abteilungen geschlossen werden und ganze Spitäler geschlossen werden, dass sie unterbelegt sind, teilweise 130 Millionen Euro im Gesundheitswesen gespart wird. Im Pandemiejahr, wonach die Bummerin im Schädel läuten sollte, ist bei diesen Aufrufen zur Hetze und nichts anderes ist das, die stattfindet über unsere Regierenden, nämlich mit Sprüchen wie die Migranten schleppen das Virus mit herein oder die Jungen, die die Partys machen, sind schuld an Lockdowns und so weiter und natürlich nicht die Regierung, die es verordnet. Das ist übrigens narzisstisch zu sagen, du bist schuld, dass ich dir wehtun muss. Das steckt dahinter. Ja. Ja. Genau. Was haben wir noch gehabt? Die Kroatien, Urlauber sind schuld oder die Menschen, die erkrankungsbedingt keine Masken tragen können, obwohl jedem schon klar ist, dass sie vor dem Virus nicht schützen. Steht auch drauf auf den Masken. Brauchen wir keine wissenschaftliche Debatte mehr. Ja, das ist Hetze, Spaltung und Sündenbock-Politik. Und eigentlich hätte die Regierung die Verantwortung, wenn sie solche Entwicklungen in der Gesellschaft bemerkt, dem Einhalt zu gebieten. Das tut sie aber nicht. Ja. Und diese ganzen Behauptungen sind natürlich evidentermaßen falsch. Ja. Das ist belegbar. Das ist alles belegbar. Es ist halt nur bösartig, sowas zu verbreiten und es ist brandgefährlich, wie man weiß. Ja, weil wir kennen das aus der Geschichte. Gut. Bei Fühlen rührt sich aber immer noch nichts im Leibe, selbst wenn sie hören, positiv Getestete dürfen, wohlgemerkt mit Hochrisikopatienten im Pflegeberuf arbeiten. Danach sollen sie aber nach Hause in die Quarantäne gehen und am nächsten Tag wieder arbeiten. Ja. Das ist komplett irrsinnig, wird ignoriert. Der Impfstoff schützt nicht vor Infektionen und auch nicht vor Infektiosität. Und lauter solche Geschichten, irrelevant, wozu wir Impfung haben, Wurscht. Am PCR-Test steht schon drauf, dass das nicht zur Diagnostik und zum Screening alleine geeignet ist, an Gesunden nicht anzuwenden ist. Wurscht. Ja. Es regt sich noch immer keine Faser im Leib und keiner wundert sich, warum 50 Euro angeboten werden für Menschen, die sich testen lassen. Das sind unsere Steuergelder im Übrigen. Das zahlen wir alles. Ja. Da wäre... Das Geld... 100 Euro. Entschuldigung. Ja. Das Geld wäre besser investiert in Betten, auf Stockung oder im Gesundheitswesen, weil der Test ist ja keine Behandlung. Aber offenbar ist es wichtig, das Narrativ aufrecht zu erhalten. Es ist eigentlich spürbar. Es ist offensichtlich. Es ist grad heraus. Ja. Also, genau. Warum Menschen aber offensichtliche Ungereimtheiten komplett negieren, liegt an etwas anderem. Ja. Das nennt sich kognitive Dissonanz. Die tritt immer dann auf, wenn Einstellung und Verhalten oder Einstellungen untereinander nicht zueinander passen. Und hier steckt der Glaubenssatz dahinter und das ist eine sehr, sehr stabile Einstellung. Da geht es nämlich ums Urvertrauen. Hier steckt der Glaubenssatz dahinter. Die Regierung würde uns nie schaden. Die Regierung würde uns nie etwas Böses tun. Ja. Genau. Obwohl wir das auch aus der Geschichte kennen und jedenfalls werden diese Ungereimtheiten einfach wegnegiert, weil sonst müsste man sich ja eingestehen und das macht Angst. Ja. Wenn was anderes dahinter steckt, was bedeutet das? Ja. Wenn die Regierung uns eigentlich täglich irgendeinen Schmäh im Fernsehen erzählt und zwar so massiv, stündlich, egal wann man das Radio auftritt, rennt das. In jeder Werbung kommt das vor. Sowas hat eigentlich einen Namen. Es nennt sich Propaganda. Und das kennen wir auch aus der Geschichte. Ganz genau. Applaus Also wie gesagt, man kommt ja mit Logik nicht bei, weil das ist eine Art Kult und es geht um Glaubenssätze. Deswegen ist das auch so eine Art, wie soll ich sagen, Glaubenskrieg. Und man hört es ja auch an Worten wie Leugner. Ja. So ähnlich wie Ketzer. Also willkommen im tiefsten Mittelalter mittlerweile. Und früher oder später kommen eh alle drauf, ja, weil Denunziantentum, Spaltung, Zensur, Hetze, Diffamierungen, Symbole, ja, das sind keine altbewährten Mittel gegen Erkältungskrankheiten, sondern auch ein Zeichen von etwas anderem. Kennen wir auch schon. Und vielen fallen auch gar nicht diese wirklich 180 Grad Pervertierungen auf, die wir gerade erleben. Nämlich alle Dinge, die wir gut nennen, sind plötzlich schlecht. Alles, was eigentlich zutiefst menschlich ist, wird verboten, ja. Früher war es normal, dass man Sterbende begleitet. Dafür sind ja auch Institutionen wie Hospize gebaut worden, ja, weil man weiß, sterbende Menschen haben Angst und brauchen Begleitung. Jetzt ist eine Generation ohne Liebkosungen weg von uns. Man wusste, man lasst alte Menschen nicht vereinsamen in Pflegeheimen, dass das eine Gefahr birgt, ja, dass sie dann relativ schnell, dass sie dann schneller versterben. Heute isoliert man sie und das ist Solidarität, ja. Kritiklosigkeit ist die neue Eigenverantwortung. Distanz ist die neue Nähe. Also, es finden hier 180 Grad Pervertierungen statt. Was hier stattfindet ist, dass man positiv konnotierte Wörter Scheußlichkeiten zuschreibt, ja. Unmenschlichkeiten. Das ist Verwirrung durch Sprache, ja. Genau, früher war es auch gut, also galt es auch als gut, sich zu umarmen und körperliche Nähe. Man hat auch gewusst, das stärkt das Immunsystem und der Mensch braucht das. Ja, genau. Und kein Abstand halten. Abstand halten ist inhuman. Der Mensch kann ohne Berührung nicht leben. Also umarmt euch. Rückt zusammen. Ja, voll. Ja, das braucht ein Mensch, ja. Und es war auch respektvoll und höflich und anstandsvoll, sich offen ins Gesicht zu blicken. Und nicht, das ist Respekt, wenn man sich nicht nicht ins Gesicht schaut, ja. Das ist auch angstauslösend. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wen man da überhaupt gerät hat. Abgesehen davon, dass man eh nicht versteht, dass es irritierend ist. Egal, Kinder trifft das besonders hart, ja. Also für einen Erwachsenen, der ja schon ein ordentliches Bindungsverhalten gelernt hat und das schon verinnerlicht hat und der schon sozialisiert ist, der kann das einmal kurz, je nachdem, übertauchen, ja. Aber ein Kind wächst in das hinein und lernt es gerade erst und zwar so, ja. Nämlich, dass zutiefst menschliche Bedürfnisse etwas Falsches sind. Und das ist gefährlich, ja. Weil das ist eine Erziehung, die eine Anleitung ist zu schwersten sozialen Problemen und zu die sozialen Persönlichkeitsstörungen, Sozialphobie, Angst, Panikstörungen, posttraumatischer Belastungsstörungen und so weiter, ja. Nächte, nächte, nächte. Genau. Früher haben sie das ja in den Schulen auch gewusst, ja. Deswegen wurde das ja alles gefördert. Kinder sollen turnen, also man hat extra Turnunterricht gemacht, Gesang, Musikunterricht und man hat gesungen, Platz gegeben, Raum gegeben für Geburtstagsfeiern zusammen, weil ja das soziale Gefüge ganz, ganz wichtig ist, ja. Und Platz für freies Spiel und Toben. Es gibt sogar Kuschelecken, ja, weil man ja weiß, wie wichtig so etwas ist. Und heute? Glauben die Leute, so etwas zu verbieten, schadet natürlich nicht, ja. Oder das nicht mehr anzubieten. Na, natürlich schadet das. Das ist schädlich, das ist ungesund, entwicklungsverzögernd und gefährlich für Kinder. Hier ist Gefahr im Verzug. Kinder von ihren Spielgefährten fernzuhalten und ihnen das Gesichterlesen und Gesichterlesen lernen zu verunmöglichen, ist psychischer Missbrauch, ja. Kinder Masken aufzuzwingen ist psychischer Missbrauch und körperliche Misshandlung. Das hat auch der Kinderarzt Dr. Gregor Janssen erneut festgestellt, ja. Genau. Er bringt auch diesbezüglich eine Klage in Den Haag ein und das ist längst überfällig. Richtig. Aber was ist eigentlich mit den Lehrern los? Es erreichen mich in den letzten Tagen wirklich unglaublich ungeheuerliche Leidensgeschichten. Bitte von Kindern, ja, in der Schule. Es werden Maskenatteste nicht akzeptiert. Ich meine, das ist eine Kompetenzüberschreitung sondergleichen, ja. Bleibt bei euren Leisten, okay. Wenn ein Arzt sagt, das ist aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar, das zu akzeptieren, ja. Ja, nicht, egal. Ja. Offenbar, ja, ist es okay, dass man unmoralisch gegenüber Schutzbefohlenen handelt, solange die Bildungsdirektion haftet. Weil das habe ich gehört, ja. Naja, wir führen das ja nur aus. Diese Mentalität ist auch bekannt aus der Historie. Wir führen ja nur Befehle aus, ja. Wir sind ja alle Roboter, also in Wahrheit könnte man einen Roboter hinstellen, da gibt man auch etwas ein. Also man programmiert den und es kommt was raus, aber wir haben ja dazwischen ein Herz und ein Gehirn. Und deswegen, jeder ist für sein eigenes Verhalten natürlich selbstverantwortlich und niemand anderes. Und auch nicht die Bildungsdirektion. Entschuldigung. Entschuldigung. So, ähm, genau. Jetzt ist es soweit. Ab der Unterstufe müssen die Kinder jetzt, also ab 10 Jahren müssen sie den ganzen Tag im Unterricht Masken tragen. Ja. Das ist Mord. Das ist Mord. Ja. Das ist Mord. Das ist Mord. Obwohl sie evidentermaßen psychisch und physisch Schaden anrichten, ja. Also CO2-Rückatmung, über die CO2-Rückatmung, ja. Dann, ähm, sind es Bakterien und Pilzrasen in Wahrheit, ja, die da drinnen anwachsen, ja. Sie verursachen einen Verlust des Identitätssins, ja. In Bezug zu sich selber. Das ist eine sensorische Deprivation und Isolation. Das sind MK-Ultra-Methoden, sonst gar nichts, ja. Und sie traumatisieren, weil die Verpflichtung ist eine Nötigung. Das ist eine Nötigung und verursacht Ohnmacht in den Kindern. Das ist Gewalt. Sehr frech. Wuhuuu. Wuhuuu. So. Warte. Es ist ein Verbrechen. Genau. Und sie retraumatisieren auch Personen, die bereits eine posttraumatische Belastungsstörung haben und lösen Unbehagen, Angst und Panik. Sowohl beim Träger als auch beim Betrachter aus. Sie schränken die Empathiefähigkeit ein, also vor allem Empathiefähigkeit von Lehrern gegenüber Kindern. Und dass das nicht gesund sein kann, das kann man sich ja ausmalen. Eigentlich sollten die Vertrauenspersonen sein. Und es ist wichtig, dass Lehrer erkennen können, wenn seinem Kind schlecht geht unter der Maske. Und dass sie generell das Befinden einschätzen können ihrer Schützlinge, ja. Die kann ich nicht hinter Masken verstecken. Und Kindern denen mit Schuld und Scham eingeredet wird, sie werden potenzielle Mörder. Frieden, Freiheit, 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 Frieden, Frieden, Freiheit, Frieden, Freiheit, Frieden, Frieden, Freiheit, Frieden, Frieden, Freiheit, Frieden, Frieden, Fried Sie sind irritierend und grotesk. Sie sind absurd und Kindern nicht zumutbar. Moment, Fassmann, Zitat, aber was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Genau, sie sind eben absurd. Sie schützen mitnichten vor irgendwelchen Viren, das ist dumm. Und sie rauben einem die Luft zum Atmen und gehören verboten, in Wahrheit. Liebe Maskenträger, ihr macht es euch lächerlich, ihr zeigt es euch zutiefst unsolidarisch mit den Kindern, die permanent genötigt werden, Masken zu tragen. Ein Vater erzählt mir, der Direktor seines Sohnes in Niederösterreich, hat es ihm gesagt, als er ihn mit Studien über die CO2-Rückatmung vom gerichtlich beeideten Sachverständigen Dr. Treindl konfrontiert hat, ja, es gibt solche und solche Meinungen. Das heißt, er weiß über die Bedenken Bescheid und das einen potenziell gesundheitsschädlichen Zustand verordnet. Also das reicht, solche und solche Meinungen. Bevor ich so etwas überhaupt empfehle, muss man doch ausschließen, dass es irgendwie schadet. Und man hat da eine Bringschuld und die Regierung auch, das muss vorher ausgeschlossen sein. Bevor ich das irgendeinem Kind auch zwinge, das ist nicht umgekehrt. Nicht wir müssen unsere Kinder frei beweisen, dass es nicht schadet. Wir haben es schon getan, es schadet. Eine andere Mutter, und ich meine, das ist zutiefst traurig, erzählt mir, ihr Kind hat schweres Asthma und ist von der Maskenpflicht natürlich ausgenommen. Das Kind fürchtet sich so sehr vor der bevorstehenden sozialen Isolation, das ihm in der Schule droht, dass es jetzt starke Schulbauchschmerzen bekommen hat, chronische Bauchschmerzen, sich nicht in die Schule traut, so Angst hat und sich übergibt. Es ist jetzt nicht in der Lage, in die Schule zu gehen, wegen dieser Psychosomatik. Es ist eine Unmenschlichkeit, sondergleichen Kinder abzusondern. Da ist die Grenze des Sagbaren weit überschritten. Und wir kennen das auch aus der Geschichte. Sie verurteilen die Kinder damit zum sozialen Tod und das ist eine Gefahr für Kinder. Liebe Lehrer oder Lehrer, weil lieb ist das nicht, ihr macht das aus Angst und Obrigkeitshörigkeit. Die Kinder haben Angst, sie nässen ein, sie weinen vor der Schule, weil sie die Masken nicht tragen wollen und sie weinen danach, weil sie ihre Freunde nicht berühren durften. Ja, weg mit dem Symbol und schützen wir unsere Kinder, oder? Und zum Abstand halten, sowas kann ja nur einem Menschenfeind einfallen. Ja, ein Nähebedürfnis ist etwas zutiefst Menscheneigenes, ist ein Natur-, ein positives zwischenmenschliches Grundbedürfnis, das nicht abtrainiert werden kann und auch nicht darf. Die Regierung unterliegt offenbar dem Wahn, dass wir ihre Untergebenen sind und sie über unsere Gesichter und unsere Atemwege zur Verfügung hat. Das ist ein Akt der Gewalt, dazu hat sie nicht einmal ansatzweise das Recht. Zeigen wir sie ihr und halten wir uns an die Menschenrechte und an die Verfassung. Dankeschön. Dankeschön Elisabeth.